Herzlich willkommen bei Gelsenwasser und herzlich willkommen zum Tag der Stiftungen. Wir freuen uns, dass wir mit unserer Stiftung beitragen können, in der Gesellschaft positiv zu wirken. Unsere Stiftung ist 2016 gegründet. Unser Schwerpunkt ist, dass wir jugendliche junge Menschen fördern in besonderen Situationen des Übergangs und in drei Kategorien. Das erste ist Bildung, ganz wichtig für die Entwicklung auch in der Gesellschaft. Das zweite ist Kultur und das dritte ist auch über die Region hinaus internationale Wasserprojekte. Wir freuen uns, dass das so gut gelingt über die Jahre und werden dieses Engagement gerne in die Zukunft tragen. Und wichtig ist für uns, dass wir mit unseren Förderpartnern lernen und uns entwickeln. Und das gelingt in wunderbarer Weise mit unserer Stiftung. 5-5-0. Musik 2-3-0.